Achso, du möchtest wissen, was für Vorteile das Online-System für Coaches und Menschen in beratenden Berufen hat. Abo, eine Menge. Jedenfalls einmal alle Online-Vorteile, also alle Vorteile von Online. Zum Beispiel die Erweiterung meines Einzugsgebietes. Ich habe einen Coach in Tokio, ich habe einen anderen Coach in Chile. Wirklich ist so. Hätte ich ja niemals haben können ohne Online. Natürlich, ich habe keinerlei Reisekosten. Ich mache einfach so und bin da. Ich muss auch nicht mehr durch die Gegend fahren. Ich habe die Reisekosten nämlich auch nicht zeitlich. Nicht nur, was die Kosten betrifft, sondern ich muss mich da jetzt nicht eine Stunde ins Auto setzen, irgendwo hinfahren. Dann tut der Stunde verbringt und fährt eine Stunde wieder zu Hause. Das ist schwierig. Ich brauche keinerlei Beratungsraum. Das heißt, jegliche Miete fällt flach. Ich mache das alles online. Ich habe das zu Hause. Ich muss das halt vernünftig einrichten, aber ich habe das auch zu Hause. Ich habe eine wesentlich schnellere Taktung, weil ich mache ein Meeting, 10 Minuten Pause, nächstes Meeting, 10 Minuten Pause, nächstes Meeting und schon geht es da hin. Ich habe eine wesentliche Erweiterung der verrechenbaren Stunden. Ich habe wesentlich weniger Leerlaufzeiten. Ich kann es einfach on the fly verwenden. Ich bin in einem Gespräch, ich bin in einem Coaching drinnen oder auch in einem Auftragsklärungsgespräch, das zum Beispiel online läuft, zum Beispiel online geht, aber auch in Präsenz. Ich schnapp das Brettl raus, paff, zack, stell das alles da, stell das alles hin und wir sehen schon. Geht. Ganz blitzschnell. Jedenfalls, ich bin in Beratungen nie mehr allein. Ich habe immer mein Brettl bei mir. Das macht einen Riesenunterschied, weil wir uns beide über dieses Brett unterhalten können. Über die Inhalte in diesem Brett unterhalten können. Darum geht es. Ich kann Sitzungen einfach speichern und weiterarbeiten. Beim nächsten Mal, es ist fantastisch, wie schnell man wieder in irgendwas drinnen ist. Man kann, und das mache ich mittlerweile sehr gerne, den Klienten die Ergebnisse auch nachträglich zugänglich machen. In einer Teamentwicklung zum Beispiel entwickeln wir irgendein Zielbild. Ich setze das Brett auf Beobachtermodus, sodass nichts mehr verändert werden kann. Und alle von dem Team, zum Beispiel dem Leadership-Team, bekommen den Link zum Brett und zeigen anhand des Brettes dreidimensional, was natürlich einen Riesenunterschied macht mit der Innensicht, dreidimensional zeigen sie ihren Leuten, ihren Mitarbeitenden, so haben wir uns das vorgestellt. Das heißt, die Informationsübergabe ist viel direkter und viel schneller. Ich kann zum Beispiel Bretter einfach duplizieren und somit ganz einfach dreidimensionale und begehbare, erlebbare, spürbare Ist-Soll-Vergleiche anstellen. Mir fallen nur 50 Sachen ein. Also die Vorteile vom Online-Systembrett für Menschen in beratenen Berufen sind schlichtweg mannigfaltigst.